Ja, wie ihr seht, sind wir weiterhin im Renovierungsfieber. Der Papa macht jetzt eigentlich die restliche Decke oben anpicken und danach macht er schon die zwei Wände rosa. Ich habe extrem starke Kopfschmerzen und ich habe, glaube ich, eine Blasenentzündung. Das ist so unangenehm, kennt man bestimmt. Ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall, ja, hat man... Was ist los mit mir? So, warum muss ich denn nicht reden? Ich muss mir kurz die Kamera abstellen. Ich habe richtig starke Kopfschmerzen. Ja, auf jeden Fall, ich muss euch kurz so abstellen. Ich habe gerade so die krassesten Kopfschmerzen meines Lebens. Na ja. Oh Gott. Ich habe so krasse Kopfschmerzen. Das gibt es ja nicht. Kennt ihr das? Am liebsten würdet ihr eure Augen reindrücken vor lauter Weh. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, dass wirklich, also hätte ich eine Blasenentzündung, wer das schon mal gehabt hat, der weiß, wie unangenehm sich das anfühlt. Man hat das Gefühl, als müsste man ständig auf Toilette, aber man muss gar nicht. Und, ähm, vielleicht ist es, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, heute ist ja auch Sonntag und ich kann jetzt nicht zum Arzt, ähm, und in den Notaufnahme fahre ich wegen so einem Blödsinn. Sicher nicht. Ähm, ja, das kann man nicht durchhalten. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch schnell das Video für heute schneiden. Ähm, ja. Und, ja. Und ich habe heute in der Früh ein Salamibrot gegessen. Muss mir, also ich habe ein Salamibrötchen gegessen, weil ich so ein Gusto auf diese Salami hatte. Die ganzen Wochen davor, also ich habe jetzt seit zwei Monaten, habe ich mich jetzt, seit zwei Monaten habe ich mich vegan ernähren und in diesen zwei Monaten davor hatte ich nie diesen Drang, das zu essen. Nie. Wirklich nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und jetzt plötzlich, seit zwei, drei Tagen, hm, Salami, hm, da ist hm, da ist hm, was weiß ich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, warum plötzlich so enorm stark da ist. Es ist aber da. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Ich, ähm, versuche mich da nicht zu extrem zu stressen und denke mir so, okay, dann ist jetzt nicht der richtige Moment dazu, vielleicht vegan zu sein. Vielleicht später irgendwann einmal, aktuell, gehe ich halt meinem Körpergefühl nach. Ja. Keine Ahnung. Ich fühle mich eh teilweise so im Zwiespalt mit mir selber, weil ich mag das überhaupt nicht, Sachen irgendwie aufzugeben oder nicht zu schaffen. Oder mir etwas, wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dass ich das dann nicht durchziehe. Keine Ahnung. Vielleicht probiere ich es später nochmal. Aber momentan, glaube ich, ja, ich weiß es nicht. Mein Zwiespalt ist da. Gut, ich werde es mir bei meinem Video für heute schneiden und, ähm, dann will ich ein bisschen ins Bett legen. Mir geht es nicht so gut. Lama, jetzt. Wow, wow, man muss Musik uns aushalten. Wow, ist das schön, Lara. Gefällt dir das? Sehr schön. Gefällt es dir auch? Hat es auch gut abgerichtet. Hat es auch gut abgerichtet, ja. Endlich wieder helle. Schaut besser aus, okay, so heller. Wir wollen noch ein bisschen sauber machen. Sauber machen am Boden. Wir haben Mehl reduziert und fertig. Mhm. Das Wasser ist schon ziemlich läckig. Das hast du toll gemacht, mein Schatz. Nein. Du bist der Beste. Ah. Ich habe das Video auch schon fertig, ist schon abgerolltet. Sollen wir jetzt noch wohin gehen? Natürlich, hast du auch gemacht, oder? Ja, eh, aber ich habe ein bisschen eine Blasenentzündung. Ja, und? Danke für dein Mitgefühl. Ja, und? Mir doch wurscht. Nein, ich gehe alleine nicht. Nein, ich gehe eh mit. Du hast Blase. Ja, du hast auch eine Blase. Aber nicht entzündet. Ja, sorry. Was? Meine Blase ist nicht entzündet. Gott sei Dank. Auf jeden Fall, Vlog ist schon fertig. Ich bin gerade abgeloadet und, ja, ich gehe mich jetzt mal anziehen, würde ich sagen. Ich würde mich fertig machen. Wir gehen jetzt nämlich ins Kasperltheater. Mir geht es schon besser. Ich wollte mich hier ein bisschen hinlegen, aber mir geht es ein bisschen besser. Schauen wir mal, mit der Blase, wie es dann weitergeht. Schaut mal bitte, wie krass. Wir sind gerade in Wien und da gibt es so Wohnungen mit so Inseln. Aha, das ist geschlossen, oder? Das ist ein Wintergarten, oder? Das ist offen. Oh, wie mache ich das mal? Liegt schon nackig drin, oder das? Nein, wahrscheinlich kannst du da sitzen und ein bisschen entspannen und Buch lesen. Und so ist es wie ein Gewächshaus. Ja, verdammt heiß. Kann ich mir gut forschen, dass es mega heiß ist. Ja, krass. Wir sind auf jeden Fall hier im zweiten Bezirk. Und da sind extrem viele neue Wohnungen gegründet, gebaut worden. Ich habe hier das Navi eingeschaltet, oder? Wir fahren jetzt nämlich gerade zum Prata. Wir gehen nämlich mit den Kindern zum Kasparl. Und das ist im Prata. Siehst du genau so, wie ich gesagt hätte, hättest du abfahren müssen. Jetzt ist es zu late. Jetzt ist es eh wurscht. Aber ich darf jetzt nicht rechts abwicken, sondern kann noch geradeaus. Du musst noch geradeaus weit fahren und dann rechts. Was denn? Was denn? Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt mit unseren Kleinen, die übrigens schlafen hinten, zum Kasparltheater. Und ja, Video ist schon abgeloadert. Mir geht es nicht so gut. Das habe ich schon den ganzen Tag gesagt. Also ich habe, glaube ich, eine Blasenentzündung. Es fühlt sich mega unangenehm an. Ich fühle mich so, als müsste ich die ganze Zeit auf Toilette. Man kennt. Und dann muss man gar nicht. Und das ist halt so richtig, richtig unangenehm. Das Gefühl. Ja. Der wäre halt zu Hause im Bett liegen cooler gewesen. Aber wir haben das den Kleinen versprochen, weil letzten Sonntag war der Papa mit den Großen im Kino. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir mit den Kleinen zum Kasparltheater. Weil mit der Luisa kann man ja nicht ins Kino gehen. Und mit der Lara kann man sich auch nicht jeden Film anschauen. Jo. So, meine Lieben, da sind wir jetzt in Prata. Was ist denn, Lara? Ist dir kalt? Tja. Bist du mir nicht heim? Super. Es war eigentlich angenehm warm. Der Wind ist ein bisschen frisch, aber... Beißen. Beißen. Man muss niesen. Gehen wir zum Kasparltheater, Lara? Die ist natürlich nicht warm. Was? Die ist nicht warm. Das sind wir jetzt beim Park Kasparlthe. Freust du dich? Du warst schon länger nicht mehr, gell? Mit der Lara waren wir schon lange nicht mehr, gell? Die Luisa auf jeden Fall erstes Mal hier. Ja, aber das gleiche. Die Lara war ganz klein. Tja. Du Kasparl, komm jetzt da! Na gut. Der wird überhaupt nicht... Fertig im Kasparl, hat es dir gefallen. Wir waren immer früher mit Patrick oder mit der Michelle. Erinnerungen von früher. Und jetzt sind wir fertig beim Kasparltheater eine halbe Stunde. Jetzt dürfen die Kleinen hier noch eine kleine Runde fahren. Lara! Was macht sie hier? Nichts herumwild... Wild herumtun. Jetzt kommt, jetzt fahrt ihr gleich, ja? Tschüss! Baba! Wo sind meine Mami und mein Papi? Ja? Du bist so süß, so klein. Mit den zwei Mützen. Was denkt sich die Luisa so? Was mache ich hier? Lara ist ja eine coole Sorte, oder? Ja, tja, du Baby! Die Luisa genießt richtig, oder? So hat das Lächeln so... Da fährt Kinderautotropen und es schaut so lustig aus, weil sie lenkt so viel, aber... Lara! Sehr gut! Sehr gut! Ja, mein Schatz! Die Lara, ja? Babys dürfen da nicht mitfahren. Jetzt könnt ihr mich sehen, wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal kurz rein. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Wo ist der Fokus? Ah! Und haben jetzt die Kinder... Ja, wir sammeln jetzt unsere Kinder ein und gehen mit ihnen chinesisch essen, weil wir... Ja, weil wir Bock haben. Also, wir haben jetzt uns überlegt, was sollen wir essen zu Hause? Wir wollten zuerst so Nudeln mitbringen, zum Zuhause essen. Aber leider hat er dieser Laden zu. Ich mache mal oben die Tür zu. Zieh dich mal an. Wo ist der Patrick? Ich bin oben, die Tür. Ja. Bist du hier Patrick? Ja. Ich sperre hier noch zu. Was tust du denn hier? Komm, zieh dich an. Ja. Wir warten im Auto, ja? Ja. Gut. Ihr kommt dann unten raus bei euch, ja? Ja. Bis gleich. So, jetzt hier mal. Lisa, wie sehst du aus? Zieh mal die Hose runter. Zum Fisch? Nein, geh mal was essen holen. Und Patrick, was heißt du schon, was du nimmst? Nein. Und noch Fleisch. Farbert, was nimmst du? Alles. Ja. Lisa, magst du Suppe? Komm her. Falls ihr euch fragt, was ich nehme oder genommen habe, ich nehme nur so Fischzeug. Garnelen, Garnelen und einmal gebratenen Fisch und Reis. Ja. Das ist das, was mir am besten schmeckt. So, fertig mein Essen. Seid ihr satt? Den Likör hast du nicht getrunken, Mama. Dein Reiswein oder das? Nein, wir trinken ja nichts. Die Mütze? Die gehört noch um. Du willst? Michelle ist eine Spaßkanone. Wer hat mein Handy? Ist nicht vorbei, hä? Die hat alle Glückskekse abgesteckt. Was? Darf ich bitte mein Handy? Was musst du? Ins Auto gehen. Ins Auto gehen. Wir kriegen Glückskeks. Wollen wir reinschauen? Mach mal auf. Papa, die Mütze von der Luisa habe ich. Tschüss. Kannst du die Mütze von der Luisa halten? Schauen wir mal. Bei mir steht alles, was du im Moment tust, bringt dir Gewinn. Läuft bei uns. Wir werden nicht schlecht, gell? Ja. Geh mal. Achtung, langsam Luisa. Hello everybody. Der Papa. Was ist los mit dir? Bist du hängen geblieben? Wir sind wieder zu Hause, meine Lieben. Frisch angefuttert. Voll gesättigt. Müssen wir jetzt noch das Zimmer fertig machen. Schaut mal, wie schön rosa das ist. Man erkennt es jetzt, finde ich, in der Kamera nicht so gut. Aber er schaut richtig hell aus und schön, oder? Die Punkte kleben wir nicht mehr an. Die haben wir weggeschmissen. Was guckst du? Also da hast du ein Loch gemacht. Meinst du, hast du dir das Loch angeschaut? Ja, was ist das Loch? Das hast du dann gemacht und dann nochmal weiter nach oben. Ich weiß nicht. Ja, das ist typisch. Typisch, Papa, oder? Typisch ich. Ja. Auf jeden Fall, ich darf reden. Du bist so lustig, Papa. Du bist so lustig, Papa. Der Sanktik zuckt. Ich glaube, dein chinesisches Essen war schlecht oder irgendwas. Das war nicht gut damit, oder? Ich hatte Corona. So, jetzt geht's ans Bett. Zusammen bauen. So schaut das aus. Ist das einfach? Oder schwer? Das ist logisches Denken. Logisches Denken? Naja, das ist nichts für dich, gell? Ich helfe dir aber gerne. Wie geht denn das bitte? Luisa baut ihr Bett selber auf mit dem Imbus. Sehr toll! Wow! Oh, schön, wow! Das sieht jetzt voll cool aus. Sieht jetzt voll cool aus. Sieht jetzt voll cool aus. Sieht auch mit dem Imbus. Du bist auch. Ob du es auch geben mit einem Glas? Natürlich, mein Häschen. Hey, mein Lieben. Ich habe vorher vergessen, mich vom Vlog gehört zu verabschieden. Bin deswegen nochmal aus dem Schlafzimmer raus, um euch tschüss zu sagen, weil alle anderen schlafen und schauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen. Tschü! Musik